Hören Sie immer noch Ihre Meinung? Sichten Sie Prioritäten in Ihrem Leben? Kann man noch sein? Versuchen Sie diese Meditation? Sie können einige körperliche Übungen erlauben, Ihre Geistesprozesse zu beruhigen. Finden Sie einen bequemen Platz zum Sitzen als Erste. Senden Sie Ihre Augendeckel. Halten Sie den Rücken gerade. Lassen Sie die Erd zu besitzen mehr und dankbar für das, was Sie haben.